Diesen September fanden in Walgau wieder zahlreiche Aktivitäten statt, die von Vereinen, Firmen oder Gemeinden organisiert wurden. Raiffeisen als Genossenschaft ist hier aktiv als Partner mit dabei. Wir waren mit Walgau TV beim Ostfest hier in Nenzing mit dabei. Wir möchten alle ganz herzlich begrüßen hier in Nenzing auf dem Käsemarkt. Wir haben hier eine Veranstaltung organisiert, wo wir eigentlich das ganze Elbler-Dasein, das Elblerleben der Bevölkerung näher bringen möchten. Die Agrargemeinschaft Nenzing bewirtschaftet im Gemeindegebiet mehrere Alpen. Und das Vieh, das heute von den Alpen nachgekommen ist, dreht wesentlich dazu bei, dass die Kulturlandschaft in unserem Berggebiet erhalten bleibt. Die Verbindung zu dem Markt da am Rathausplatz ist ganz wichtig, damit die Elbler und die Leistungen von der Landwirte oder einer breiten Öffentlichkeit aufgezeigt werden können. Die Produkte, die in den Alpen produziert werden, sind naturbelassen, die haben kurze Transportwege, haben eine hohe Qualität und werden von über 20 Leuten im Sommer hergestellt. Und das sind 14 Stände mit der Pürina, die mit viel Liebe die Produkte hergestellt haben aus der Region von Nenzing. Zum Beispiel Kartoffeln, Alpkäse, Marmeladen, Handarbeiten, Filzsachen, Honig. Und es sind sehr viele Leute gekommen, die das alles genießen und uns bereichern. Ich mache Filzsachen, das ist mein Hobby, das habe ich zum Beruf gemacht. Ich verwende Wolle aus Vorarlberg, größtenteils, also ein Bauer im Bludenz, der hat die Schärfe und da kriege ich die Wolle, wäsche sie selber, käme sie selber. Und aus dem mache ich die Botschaft. Wir produzieren bei uns auf der Alpbegeamtammer den traditionellen Vorarlberger Alpkäse. Der Käse ist momentan noch jung und mild. Man rieft ihn jetzt noch eine Zeit, bis er kräftig ist und würzig. Auf der Alpbegeamtammer haben wir, kurze Information, 58 Kühe, 70 Kälber und um die 40 Gründe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017